Ach, da kommt er ja, der Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Abend. Guten Abend. Ich passe ein bisschen auf hier. Ist was passiert? Nein, ist nichts passiert. Müsste noch kommen. Was? Ist nichts passiert. Nichts passiert? Nein. Darf ich Sie schon den Kuchen ändern? Eine Kacke Tasse, Tasse Kaffee? Ja. Ein leckeres Stückchen. Erdbeerquark? Erdbeerquark. Oder aber auch Gänseleberpastete, eingepackt in Rhabarberkonfetti. So was haben wir nicht. Haben Sie denn ihr leckeres, vielleicht etwas ganz leckeres, zum Beispiel eine Terrine Daunen? Ja. Kann ich mit? Bitte. Hier kann man doch keinen Kuchen essen. Wo soll man denn die Kuchen essen? In der Fantasie geht alles. In der Fantasie geht alles. Ich bin ein Regenwurm mit topierten Haaren und trinke ein riesengroßes Stück Holz. Auf Wiedersehen.